Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um unsere Top 3 selbst aufblasenden Luftmatratzen. Wir stellen euch drei Modelle unterschiedlicher Preisklassen mit ihren wichtigsten Eigenschaften vor. Weitere Details zu den Produkten findet ihr dann wie gewohnt in der Videobeschreibung. Schaut dort gerne einfach mal rein. Starten wir nun aber mit dem Video und dem ersten Modell. Das Modell der ersten Preisklasse in unserem Vergleich ist die Ola Hike Queen. Sogar nach strengsten Qualitätschecks bleibt dieses wasserdichte Queen Size Luftbett aufgrund seiner nahtlos geschweißten Technologie 48 Stunden lang fest aufgeblasen. Genießt ein sanftes, wolkenähnliches Gefühl auf der hautfreundlichen, beflockten Oberfläche. Das Ola Hike Queen Size Luftbett für zwei Personen mit doppelter Höhe passt sich ideal an eure Körperform und eure Schlafhaltung an und hilft euch dabei, euch von Rücken- und Gelenkschmerzen zu befreien. Mit seinen insgesamt 40 innovativen Luftspulen die zwei Erwachsene bis zu 299 Kilogramm Gons Körperunterstützung bieten, übertrifft dieses Gästebett andere durchhängende Luftmatratzen mit bis zu 35 Luftspulen und blasen schlagenden horizontalen Wellen. Mit der verbesserten, leistungsstarken, integrierten Pumpe lässt sich die Matratze von innerhalb 3-5 Minuten auf den gewünschten Härtegrad aufblasen und bleibt dabei leiser als die meisten anderen Doppelaufblasbetten. Zum Luftablassen müsst ihr lediglich das Ventil entgegen den Uhrzeigersinn drehen. Zusätzlich bietet das Bett euch die Möglichkeit, durch ein zusätzliches Ventil die Matratze bei Bedarf auch manuell aufzublasen bzw. zu entleeren. Vorbei sind die Tage, an denen eure Beine über das Ende des aufblasbaren Bettes hingen. Schlaft wie ein König bzw. eine Königin auf dieser Luftmatratze, die speziell für euch entwickelt wurde. Mit einer zusätzlichen Länge und Breite eignet sich dieses Bett besonders für große Menschen mit langen Beinen bzw. einer großen Körperspannweite. Trotz der Größe von 203 x 152 x 46 cm lässt sich dieses Bett bequem in einer kompakten Tasche verstauen. Alle weiteren Details zu diesem Produkt findet ihr im ersten Link der Videobeschreibung. Das Modell der zweiten Preisklasse ist die Black-Ace Artesol. Dieses selbst aufblasende Luftbett überzeugt mit einer beflockten Liegefläche, einem erhöhten Rand und einer gleichmäßigen Luftverteilung durch die Coilbeam-Konstruktion. Dieses Bett bietet euch bettähnlichen Komfort für einen erholsamen Schlaf. Diese Premium-Luxus-Luftmatratze bietet beste Schlafqualität und ist mit echten Matratzen vergleichbar. Hautfreundlich und mehrschichtiges PVC-Material ist wasserabweisend und durchschlagfest. Das langlebige und hochwertige Material verhindert den Luftverlust und bleibt dabei formstabil. Die eingebaute elektrische Pumpe kann das Einzelbett in 90 Sekunden und das Doppelbett in 3 Minuten aufblasen. Dank der leichten und praktischen Aufbewahrungstasche lässt sich das Luftbett einfach transportieren und Platz sparen verstauen. Mit dieser Luftmatratze seid ihr für jede Alltagssituation bestens gewappnet. Es ist eine mobile Schlafgelegenheit mit vielseitigem Nutzen, egal ob als aufblasbares Bett für Übernachtungsgäste, als Reisematratze oder Outdoor-Luftmatratze im Camping-Bereich. Die aufblasbare Matratze hat eine Tragfähigkeit von 200 Kilogramm. Es gibt zwei Größen von Einzel- und Doppelluftbetten zur Auswahl. Alle weiteren Informationen zu diesem Produkt findet ihr im zweiten Link der Videobeschreibung. Das Modell der dritten Preiskategorie ist die Kedo Cloudmat. Der Hersteller verspricht Schlafen wie auf Wolken. Ultrabequem und superkompakt, die Cloudmat ist die beste Matratze, die der Hersteller je produziert hat. Sie pumpt sich von selbst auf, ist wunderbar weich und lässt sich einfach verstauen bzw. in allen möglichen Situationen verwenden. Der Hersteller verspricht, dass sie vielfältig einsetzbar ist, ultra komfortabel ist, einen einstellbaren Härtegrad aufweist, leicht zu verstauen ist, eine Double Inflation-Funktion hat sowie eine Soft-Touch-Oberfläche. Bei der Cloudmap handelt es sich um eine selbstaufblasende Liegematte mit 7,5 cm Höhe, einem Mehrfachdrehventil und Packsack mit Kompressionsriemen. Die angenehm weiche Kedo Soft-Touch-Oberfläche für komfortables Schlafgefühl mit der bequemen Luftmatratze sorgt für einen angenehmen Schlaf. Das einfache und selbstständige Aufblasen der Matte sowie herauspressen der Luft beim Abbau wird durch das Mehrfachdrehventil gewährleistet. Die Maße der Cloudmat Double betragen 205 x 120 x 7,5 cm. Das Gewicht beträgt 4,9 kg. Sagt euch dieses Produkt zu? Dann checkt einfach mal den dritten Link der Videobeschreibung. Dort findet ihr weitere Produktdetails. Das war dann auch unser Vorstellungsvideo zum Thema Selbstaufblasende Luftmatratzen. Wir freuen uns über eure Fragen und Anmerkungen in den Kommentaren des Videos. Falls wir euch heute helfen konnten und euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Wir sagen vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.